Servus, meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid, meine lieben Leute. Ja, meine lieben Leute, der Kasten ist offen. Das bedeutet, Leute, ein weiterer Urlaub steht bevor. Und der Koffer steht schon hier und ich bin hier schon am Einpacken. Denn, meine lieben Freunde, ein weiterer Urlaub für den lieben Coolkop Alex steht jetzt bevor. Denn morgen fahren wir nämlich nach Salzburg. Und dort werden wir für fünf Tage rodeln gehen und so weiter. Ein bisschen Schneemäßig. Und ich bin hier gerade am Socken einpacken. Und auf jeden Fall habe ich jetzt auch hier noch das ganze Kamera Equipment eingepackt. Also alles, was die Kamera, weil ich hier was erschaffen habe, habe ich hier in dieser Tasche. Also ich habe hier sogar noch das Richtmikrofon, habe ich ja hier drauf. Ich habe hier noch das Anstellmikrofon so weit. Hier noch das zweite Objektiv, eine Action Kamera. Dann nehme ich noch diese kleine Zweitkamera von Sony, die werde ich noch einpacken. Dann nehme ich natürlich diese große Kamera mit Aufladekarten, habe ich dabei. Und so weiter, zack. Genau, die große Kamera kommt noch mit, das ist dann mein Kamera Equipment. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch ein paar Sachen einpacken und dann sehen wir uns gleich wieder, meine lieben Leute. So, meine lieben Leute, der nächste Tag ist da. Es ist um Viertel nach sieben, meine lieben Leute. Und ich würde sagen, es geht gleich los, oder? Let's go! Ab hier wird der Vlog leider ein wenig chaotisch. Deshalb führe ich jetzt ein wenig durch den Vlog. Und als nächstes sind wir dann eben schon in Salzburg angekommen. Und jetzt werden ein paar coole Aufnahmen von der Action Kamera vom Rodeln kommen, Leute. Und ich werde immer mal wieder im Video unterbrechen, wenn es mal wieder unklar wird. Und jetzt werden wir uns gleich wieder ein wenig nach로 Aufladekarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020